Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Falls ihr noch nie bei uns wart, dann heiße ich euch auch ganz herzlich willkommen, alle Freunde, Bekannte, Verwandte und wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, hattet einen schönen Abend, auch wenn nicht alles möglich war, so wie man es gewollt hat. Aber man macht immer das Beste daraus und die Corona-Zeit hat uns alle in die Mitleidenschaft gezogen. Deswegen werden wir heute ein Gewinnspiel für euch veranstalten. Das hatte ich ja gestern schon angekündigt an Silvester und zwar wird es um zwei Gutscheinkarten im Wert von 25 Euro gehen. Und die könnt ihr, also ich sag mal jeder der mitmacht, der gewinnt eine Karte und verlinkt einen seiner besten Freunde oder Mutter, Vater, Freund, Freundin, wen auch immer. Vielleicht auch den Nachbarn, den man gerne mag. Wichtig ist nur, diese Auslosung beginnt in 14 Tagen. Also in 14 Tagen lassen wir euch jetzt Zeit. Wir machen das Ganze bis zum 15. kommt das Video. Am 14. findet die Auslosung statt. Also am 14. ist quasi der letzte Tag, wo ihr noch teilnehmen könnt. Am Abend werden wir das Ganze auslosen und dann das Video kommt dazu. Das werden wir dann aufnehmen, ungeschnitten, damit auch jeder sieht, dass es auf jeden Fall nicht irgendwie gefaked ist oder so. Wird es auf jeden Fall dann einen Tag später kommen. Am 15. werdet ihr dann Bescheid kriegen, wer dann gewonnen hat. Und bekommt eine persönliche Nachricht bei Instagram. Ganz wichtig, bei Instagram. Am besten schreiben unter dem Video den Hashtag Gewinnspiel schreiben und dann schreibt ihr noch den Namen eurer besten Freundin dazu. Es kann der richtige Name sein. Es kann der Künstlername sein, wie ihr diese Person nennt. Das ist vollkommen egal. Dann schreibt ihr mir noch eine persönliche Nachricht über Instagram. Da schreibt ihr euren YouTube-Namen dabei, damit ich weiß, wer ihr seid. Und dann kommt das Ganze bei euch in der Story. Diesen Dingens in meiner Bio findet ihr den Link. Den werdet ihr einmal quasi meine Story über einen Screenshot verlinken, eure Freunde mit eintragen, die daran teilnehmen sollen. So, dass möglichst viele das auch sehen, daran teilnehmen können, dass das Ganze auch ein bisschen rund geht. Und gerne könnt ihr euch auf meinem Kanal umschauen. Vielleicht findet ihr auch noch was Interessantes im Bereich Gaming für euch. Da würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten wünschen wir euch alles Gute. Wenn Fragen bestehen, auch gerne persönliche Nachrichten schreiben. Ich bin so am Tag drei bis viermal online. Dann beantworte ich diese gerne. Und ansonsten wünsche ich euch viel Glück. Ein schönes neues Jahr. Und bis bald. Tschüss. Ich bin so am Tag drei bis viermal.